Willkommen zu dem Hörner Spielfeld! Wir haben hier... ...Dame für Spiele genommen. Dragon and the Silent Gods. Sieht schon mal 20 durch die Gegend. Es ist ein Rollenspiel. Es soll so ein bisschen, ich denke mal, an den Erfolg von PowerSkater kämpfen. Der Punkt ist, dass Spiel war es. Jetzt ist die große Frage, kann man in einem kostenlosen Spiel viel verkehrt machen? Ich befürchte, ja. Aber... 47% ist die grafische Grafik, so wie man es auch mal sieht. Charaktererstellung sah dann schon ein bisschen ansprechender aus. Ich weiß nicht, was ist dran. Und dann gehen wir auf jeden Fall wieder runter. 48% ist die grafische Grafik. Und das ist die grafische Grafik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir kommen für dich, Drakken Queen! Der Boden ist in den Boden! Wir können nur auf die Seite fokussieren! Wir können nur auf den Angriffen von einem Seite fokussieren! Das war's für mich. Hmph! Ice-Thorn! I swear we'll win this. I have indulged thee far too long, child of chaos. Know your place, impudent well. The child of chaos has fallen. On the day the Mother of Dragons claimed victory, devotees of the Dragon God praised rapturously and rejoiced in the transgressor's demise. As for the truth of the revolt, it was gradually entombed in the river of time. Twelve hundred years later, in the desolation of the world beyond, another tale brought about by those events is set to unfold. Open your eyes, newcomer. And now I can do the Dragon Quest. Now I can do the Dragon Quest. And now I can do the Dragon Quest. Und es ist ja schön, dass ich die hier... Zwar unterschiedlich Designs, die Farbe kann sich dann passen. Die Farbe kann sich dann passen, die Farbe kann sich dann passen. Und aus der Farbe unterschiedlichen Haaren wählen, war der 5. Und nun? Also so irgendwie Charakter erstellen, war das jetzt nicht. Das war jetzt einfach auswählen. Ah, ein Neucomer, ein anderer Kaptive der Dragon Queen. Tis time, tis time is a war. Come, come in. Das war nicht so. Von dieser unbekannte Stimme. Ja. Niemand kann diesen Ort verwandeln. Ja. 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 Und dann hat er es noch mal gemacht. Na ja. 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 Es ist ein frischer Ort, bitte, save mich, ich bin so froh. Jetzt kann ich hier... Okay. WDR mediagroup GmbH im www.wdr.com Ah, look who's here. The one we've long awaited is here at last. All that's missing is you, and then our glorious endeavor shall be complete. Come, come hither, come to me. Okay, then I would say, that's the end of my life. That's not what I'm looking for.